Grüß euch, angekommen am großen Bösenstein. Grüß dich. Wie geht's euch? Gut. Schaut wie geil. Die Wollte dauert es echt mal nicht. Da zieht ich mir der Nebel drüber. So. Das ist heiß. Die Hallermauern und so. Die Wollte dauern auch noch. Hinten wo die sitzen ist der Grimming. Drehuner Dauern, Rotmänner Dauern auch. Der Dachstein ist da genau da hinten wo der steht. Der Dachstein. Und jetzt warten wir auch noch auf die Ines bis sie kommt. Das ist die letzte Wende. Hinten nach geht's. Wo hast du die Ines das letzte Mal gesehen? Warte mal. Die Ines hat ihr das letzte Mal gesehen. Warte mal. Die Ines. Also. Ein paar unterscheidenen Tage noch. Jetzt kommt noch ein zweiter Gipfel noch. Der große Hengst. Da kriegt bei Ihnen noch ein Reiten. Die Ines. Ja. Schade dass du da drüben so aufzieht. Das wäre echt geil. Das ist alles schön. Aber. Es ist egal. Ich habe es dir alles auch so gesehen. Also. Schönen Tag da. Bis zum großen Hengst. Fiat euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.